Leute willkommen zu einer Runde Ender Games Ohr hab ich in Folgen aufgenommen und dann kam kurz was zwischen kann man mal sagen um da vorne sind ist ne Kiste aber ich glaube mal bisschen durch äh durch den Dschungel weil da kann man halt übelgut sich so verschanzen und sowas kann es mal gut weglaufen so also hier findet man eins nicht so schnell Trug ist halt wenn ich getauscht werde ist nicht mehr so gut aber ja ich hole mir schon mal Holz gleich für weiß ich irgendwas zum Graphen äh glaubt mir scheiße sind mehrere oder weiß ich nicht Schutzzeit beträgt auf jeden Fall noch 30 Sekunden sorry dass das Video so ein bisschen komisch angefangen hat äh mittendrin so zu sagen aber scheiße ist einer der ist ein Verzauberungstisch der verfolgt mich einfach der Penner oh hier ist das Ende ob da noch was runtergefallen ist wirst du dir perfekt ist doch da oben sieht er mich hoffentlich nicht ich glaube erstmal bisschen mal randlang weil ich doch noch Kiste natürlich ich hoffe hier ist keiner dort da ist einer oder irgendwo muss einer sein eigentlich hier kann man sich tippeln hier kann man sich tippeln das mal einfach mal oh vater was da oben ist die Kiste drauf eigentlich müsste hier schon jemand haben locker aber perfekt noch ein Füllstecker da kann ich nicht mehr was wissen das war dem nicht das war dem nicht ich mich tippeln ich glaube einfach ein bisschen weiter hier lang noch ey Leute hätten das ein Dorf wie geil da ist schon jemand scheiße kämpfen die ist da jemand scheiße da ist die Border einfach da sind voll viele voll viele Sachen ich will auch voll viele Sachen ich habe einfach nichts da ist eine Kiste nochmal hoffentlich ist da noch was drin perfekt ich kann mich schon mal ein Eisenschwert machen perfekt auch das war einfach richtig schlecht ich muss mal mein Inventar hier ein bisschen sortieren ich nehme mir das mal weg da vorne ist eine Kiste ja ne die hatte ich schon da rechts ist ein Speedblock oder das ist jetzt eigentlich ein random buff block also ist ein random buff kommt das war close hä ist noch Speed da ist noch eine Kiste ein Dia geil warum ist die Ender Pellet ich gerne noch gehabt ey jetzt will ich der hier ja hab ich mit dem geswitcht der hier eben schon war geil Holz perfekt ein bisschen Gold hm hm hä ist mal ne schöne Eisenrüstung ich muss noch was essen hier da ist noch ein Speedblocker jetzt hab ich auch mal Speed das ging aber schnell wieder weg das ging aber schnell wieder weg oh nein das wollte ich nicht den da wollte ich auch das war also ist schon wieder ne Kiste perfekt ja perfekt jetzt kann ich mir hier nochmal kurz ein crafting table bauen dann kann ich mir einfach noch ein Eisenschwert machen denn hier steht man nicht denn hier steht man zum Beispiel das hier steht nicht da müssen die Kiste vier 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 nein Scheiße wieso es war das so schlecht ich hab' nicht gecheckt das da der war Zielsore ich verschluckt noch eine runde es geht nirgendwo jemand rein dass wir spiel mal etwas anderes nämlich eine Runde Prozent es gibt was soll ich spielen als euch spielen Artikel von ohne Gang das finde ich immer witzig sieben wie überall jubiläums Städte ich hab den kill der hat einfach eine Dia-Rüstung das Problem ist, wenn zwei ihn angreifen nein, er hat einfach nur zwei Herzen wenn ihn einer angreift, dann killt ihn irgendwie nein, er killt mich der ist halt übel krass, der kennt halt wahrscheinlich nur ah, also wenn man keine Sachen macht, dann kann man halt auch mal Jodo drauf gehen, das ist geiler nein, hätte ich den anderen gekillt, hätte ich den anderen auch wahrscheinlich gekillt weil ich halt voll HP gehabt hätte nein, wieso kriegt der denn den Kill? da kommt der in die Dia-Rüstung oh, jetzt muss ich entspannt jetzt muss ich aber nein, das ist voll kacke, ich hätte einfach so zurückgekommen nein, ich wäre fast auf der Ecke gelandet ich gebe ihm ne Kombo und aber er hängt halt mega viel aus beim Holzschwert nein, nein, ich will diesen Typen in Dia-Rüstung gerne runterkicken ah, die haben halt alle so krasses Equipment ich muss mich irgendwo erstmal hochfahren kill ihn, kill ihn kill ihn, kill ihn! geh doch den anderen! wenn die nicht im Team waren, dann versteht sich nicht nein, ich... ich hätte ganz ne Killstreak wenn man so ne Insel hat, ist es echt schwer zu verteidigen nein, ich habe vorbeigehauen nein, den anderen wieder auch nur so wenig Schläge ich weiß nicht genau wie viel... nein, was mache ich denn? ich bin ganz so schlecht, ey nein, da sind wieder zwei da will ich nicht hin, ich geh einfach hier hin krieg doch noch Back, Junge krieg doch noch Back! der fliegt einfach nicht weg! kein bisschen ich muss abhauen nein, wieso kriegt der mich denn? ich lauf doch schon so schnell ich kann nein, wieso sterbe ich denn? ich war zwischendurch mal wieder schön hoch nein, was mache ich? ich muss den Typen da gehen im Spinnennetz der ist schon da, ne? nein, er hittet mich einfach krass, so Range-Kumpel äh, als ob ich ihn nicht gekillt habe nein, was mache ich? ja, Mann ja, perfekt ich dir einfach bis der ganz drüben gekillt hat nein, der war wieder so low flieg doch ich war auf der Insel mal äh, als ich eben auf der Insel war weil ich so krass rasiert, oh nein kurz nicht darauf geachtet, dass ich mache flieg und sieh, Kumpel nein, jetzt kommt der andere wir beide abstehen oh, jetzt gibt's hier Massen Massen kill, kill Rino ich darf nicht fliegen nein ich war einfach bei Level 4 das war geil das ist übel geil, wenn da so viele sind nein, er hat einer P nein, was mache ich eh hab ich wieder ne, ich hab nicht wieder anfangen, aber nein, er fliegt einfach nicht er tut nicht fliegen nein, er steht am Rand und fliegt nicht das kann nicht wahr sein warte, den müssen wir killen den mit der Rüstung immer immer auf den mit der Rüstung jetzt bin ich der mit der Rüstung auf mich nicht nein, jetzt sind 2 gegen 1 oder was? nein, ich hab den kill und dann sterbe ich es ist immer viel geiler wenn man oh, den hab ich immer den auf den mit der Rüstung nein, er kriegt den kill ich war doch soweit, jetzt bin ich wieder hier das war ein Fehler von ihm eigentlich aber ich kriege ihn nicht als ob ich nicht fliegt auf dem Map geht immer alles ab das ist immer egal, Alter nein, gib mir den kill ich hab ihn verdient nein, er kriegt einen nein, der ist so kurz davor der hat noch 1 HP man trifft ihn nicht, endlich oh, jetzt hab ich abgesahnt oh, perfekt erstmal hier saven wo kann ich hin da das war gar zu scheiße von mir, ne danke auf den mit Rüstung die greifen alle mich an jetzt gibt's hier, jetzt gibt's hier ab der mit der Goldrüstung, der ist fast down ja, ich hab den mit der Goldrüstung als ob ich den mit der Goldrüstung gekriegt habe jetzt noch den anderen sein Bruder ach so, der, 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 der ist das, den ich geil gekriegt habe nochmal nein, alter, ich hab den einen einfach mit der Goldrüstung gerade bekommen, das war überglücklich ne, ja man, ich bin wie auf 0 die mit der Goldrüstung, ein von denen hat sich geil kumpel, ja man, schön Leute, hinter mir ist einer Leute, nein Junge, komm geh doch auf den mit der Goldrüstung oder war das ein Kumpel da na, ich hab eh eh keine Kumpel, aber wenn ich halt dann Leute, die viel haben, killen können, ist halt immer gut nein, Junge, der ist kurz davor zu deinen nein, der mit der Goldrüstung ich mach halt ein HP weg oder so mit an was war das denn? das war so schlecht nein, fliegt doch wenn der geflogen, okay, ich probier noch eine krasse Runde jetzt nein, fliegt doch, ja man Junge, wir kommen mich einfach weg okay, lass ich mal noch ein Zugriff auf die Goldbrusse die Goldbrusse ne, noch einen, noch einen, noch einen da, so viel Zeit muss sein, hier zwei Angriffe nein, okay, jetzt der letzte wirklich Alter, danach muss ich das Video beenden okay, lauf nein, okay Leute, das war's mit dem Video wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und tschau 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 tschau